30-Jährige mit Punkten für sein Team. Das ist Webber und aus der Ecke Payton Arena in Sacramento. Webber, einer unmittelbar unter dem Kopf. Die zweite Hälfte der Offensive normalerweise keine gute Wahl. Da versucht er sich durchzumogeln mit seiner Kraft, die er durch... ...gewühlt und geackert wird unter dem Korb. Das ist schon sensationell. Das ist schon ein richtiger Playoff. Webber, da kommt die Hilfe. Schwache Quote von Webber. Pollard ist zur Stelle und dann... ...Germaine O'Neal gegen Webber. Dieser passt Webber. Bobby Jackson. Sieben von 23 aus dem Feld. Er hat geschafft gegen die nächste Mal vor einigen Jahren. Am 98 Arbeitssieg der Sacramento Kings. ...Kings. ...